Ok, da hinten ging ne Grenato Oh, oh, Sensilis schießt auf mich! Wer? Wer? Sensilis! Ey, Trisslis schießt nicht auf mich! Im Ernst! Sensilis ist es! Ey, du bist so... Scheiße! Alter! Ok? Ja, ok! So, meine Freundin, damit begrüße ich euch zu einer neuen Aufnahme... TTT Ups, ich komm hier nicht durch Ähm, diesmal sind wir nicht mehr alleine Ähm, denn wir sind hier zu 5 mit irgendeinem Special Gast noch, den wir jetzt hier nicht auf dem Server haben Aber ich bin jetzt auf jeden Fall mal Inno Ich auch So, dabei ist natürlich wieder Trissi Jonas Und dann Sensilis LP Und einmal Husky, äh, Craft.de Jonas nicht töten, ich bin Inno Ja, ich bin auch Inno Ey, wer spricht da? So Jonas ist bei mir, wenn ich ruhig bin, ist Jonas Geh weg, geh weg So Und was jetzt... Äh... Und was wirklich wichtig ist, dass wenn man tot ist, dass man wirklich nichts sagt Weder lachen, noch sonst irgendwas Jonas Jonas, Jonas ist, Jonas ist... Ich verdammt Gar nicht Man wisse trefflich einfach nicht Okay, es ist vorbei Ey, wer ist da, der hier bei NTTG spricht? Keine Ahnung Keine Ahnung, ich habe einfach gemutet Warte, wie mutet man Leute? Tab und dann wieder auf diesen, auf diesen Lautsprecher Ich glaub, der läuft sich gleich Ich bin Inno Ähm, ich fass es noch nicht Ich bin inno Okay, gut Ich bin... Ich bin inno 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 Ich auch Ich will so ein Typ fehlen Der einer fehlen und dann könnten wir zweiter das haben Okay, jetzt sind wir wieder alleine Wenn ich tot bin Wenn ich tot bin, ist Trissi Nee Scheiße Geh weg Äh, wo gibt's hier Waffen? Überall Überall Ja, das weiß ich auch Und wir spielen hier immer auf zwei Maps Also einmal die hier, die, keine Ahnung wie heißt Ähm, äh, was ist das? Geht doch irgendwo hier Irgendwas mit Seven, Sexy Seven, äh... Ja, als Hanslöse Wie wirst man seine Waffe weg? Mit Kuh Mit Kuh Und dann wechselt man die ja sozusagen Wer ist gestorben? Niemand ist gestorben Bin kalibratisch strafft Bin ich tot bin, ist Jonas Bin ich ruhig bin, ist Jonas Was? Ach so typisch da Du bist das also Warte, wir sind alleine auf dem Server Das heißt, wir sind zu fünft Ja Also wir haben ein Traitor Ja, schon Ja, also einer Jonas, wann verfolgst du mich? Ich verfolge dich nicht Jonas, ich hab Angst, ich weiß nur nicht, wie ich hier war Du musst, äh, von Kohl und dann rüberschreien Äh, ich brauch's auch, kann der nicht schreien Und dann, äh, sneakst du und dann sprichst du drüber Aber dann musst du in der Zeit loslassen Und so weiter Wir werden, komm ich hier weg Glas kaputt Ähm, bei mir kies niemand Nein Okay, alle leben noch Trissi Echt? Ja, ich auch Ja, ich lebe auch noch Okay, Trissi ist da Ich mach nicht, ich mach nichts, wirklich nicht Oh, Straße Schnell da drüber gehen Nein, Otto, Otto Da ist Jonas Da ist Trissi Okay, wer fehlt noch? Husky Nee, Husky Aha Nee, wir leben, wir sind die einzigen Nein Drück, nein Es leben noch vier Was? Ja, Husky Guck ab Okay, Trissi ist bei mir, ich trau dir gar nicht, du hast ne Shotgun Geh weg Ja, okay, ich geh weg Geh weg Was, Jonas War ja da geschossen War ja da geschossen Niemand 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 hat so Paranoia oder so Oh, Hilfe hinter mir Okay, wir müssen Husky suchen Ja Der lebt doch gar nicht mehr Na klar Guck doch tabliche Oh, jetzt hab ich geschossen auszusehen Ah Was hast du? Fuck, wo ist der geschossen? Oh, was? Nein Also ich weiß nicht, wem ich trauen soll Ich auch nicht Kann niemanden trauen Ja, jetzt schießt sie auf mich, Trissi schießt auf mich Ja Okay Nein Leer Ah Nein Jawoll Was? Ähm, nur mal so ne Sache Wenn der Traitor kann immer sehen, wer tot ist Also missing in action Die Innocence könnts nicht unbedingt sehen Also kann Eigentlich Trissi ganz schön auffällig Und die hat's nicht gecheckt Hey, warst du tot? Ja, ich war die ganze Zeit tot Ach so Trissi hat mich getötet Okay, Jonas ist bei mir Ja, ich hab keine Waffe Da liegt doch eine Ich bin hier, weil die Warte, jetzt hab Bin ich tot? Okay, ich bin Inno Wie komm hier raus? Ich auch Ach hier Eh, ich kann dir nicht vertrauen Nee, hä, wie komm ich hier raus? Boah, ich bin runtergesprungen Ich kann dir nicht vertrauen Wem? Dann hält die Incendiary Granate ganz schön behindert Irgendwie Wer schießt hier? Ich nicht Okay, da hinten ging eine Grenade hoch Oh, 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 Senderl, schießt auf mich Wer? Wer? Senderl ist es Ey, Trissi ist es Schießt auf mich Im Ernst Senderl ist es Hey, du willst du Wer war's denn, Senseless, oder? Ja. Okay, so auffällig sollte man's vielleicht doch nicht machen. Ey, ich fahr' nicht auffällig. Ich fahr' nicht auffällig. Loll, wer ist denn? Jetzt ist einmal Love Out getimed, auch nicht schlecht. Du warst gar nicht auffällig. Nein, du warst ganz alleine und dann, ja, dann kennt man jemanden, wenn man Trader ist. Aber das ist man nicht immer. Und wenn man Inno ist, dann verrät man sich dabei. Nein, man, das macht man nicht. Doch, macht man immer. Das sagt das so fies. Okay, wenn ich ruhig bin, ich strissi. Inno. Nee, du bist nicht Inno. Doch. Nee. Ich glaub' nicht, dass sie Inno ist. Warum? Ich glaub' irgendwie, dass, äh, Jonas oder ja, Box sind. Ich, ich bin Inno-Mann und Jonas ist grad' nicht mehr im TS. Echt nicht? Nee. Ach, er ist, er stand dort. Ach, deswegen stand er auch still. Ey, ich bin bei, ich bin nicht alleine. Aber er ist noch auf dem Server. Ich bin bei Senseless. Ey, wo, wo bist du denn? Ich schieße gerade eine Scheibe ab. Ey, das bin ich nicht. Wie, wie kommt man hier hoch? Wo ich bin? Das sag' ich euch nicht. Das ist ein Geheimnis. Ähm, das ist, da ist irgendwo eine Leiter im Haus. Ach, nein. Ein zweiter Stock. Nein. Doch. Ich hab, ich glaub' jetzt bei den Seiten. Wie hängt das? Was natürlich jetzt auch sein kann, dass es jetzt Jonas ist. Hey, Jonas, jetzt ist Jonas nicht mehr auf dem Server. What the food? Hallo. Hallo. Warst du Trader? Nee, gell? Nee. Ey, Jamak. Was? Ich bin, ich bin Inno. Ey, ey, jemand hat, ähm, na, vorher auf mich gesnipert. Wer? Ein kleiner Drecksau, Alter. Also, ja, ich... Wie kann der zweimal hintereinander sein? Ja, Trissi, ich kann das auch sehr diskret machen. Ja, Bac, also ich würde ja immer auf die Straße schauen, bevor du drei rüber gehst. Warum? Ja, weil du immer stirbst durch Autos. Nimm's was zu tun. Warum? Er hat mich getötet. Nein, das war ein Auto. Echt? Ja. Oh. Ja, die Minecraft Map. Yay, also wir spielen immer zwischen den zwei Maps, weil die zwei Maps auf dem Service sind. Obwohl... Hey, wake up. Nein, oh man, ich bin schon wieder in Lava verrückt. Ich bin der Barber. Oh, scheiße. Er sagt einfach ohne Kontext, ich bin der Barber. Okay, ich bin beim Tester. Wo ist der Tester? Nögens. Hinten am Haus. Ich bin der Tester. Ich bin Inno. Nein. Okay, wer in den Turm kommt, ist Traitor. Ich bin Inno. Und war hier. Sense lässt sich bei mir. Ja, und ich bin bei Jabok. Wenn du... Raus. Raus hier. Nee. Raus. Mann. Ich hasse es. Jabok? Ich hab das Gefühl. Nein, nein. Du kannst nicht dreimal hintereinander sein. Leil. Leil. Doch, aber vorher viermal hintereinander. Ich geh... Weiß jemal, ähm, Welf mir Diamant erste zu suchen. Da ist Jonas. Okay, ich kann dir helfen. Ja. Weil dann können... Hier ist einer. Hier ist einer. Wer denn? Wer denn? Die... Dingens. Äh, die... Die Blöcke. Ja, die kann man hier abbauen und dann kommt einer raus. Wenn man nämlich sieben oder so von denen hat, dann ähm... Okay, warte, wer ging da grad ins Nede-Portal? Ich... Ich hol grad, äh, die Ganttblöcke. Scheiße. Ich glaub, Jonas ist... Ich bin im Turm. Jonas ist... Ey, du bist im Turm. Du bist im Turm. Ich glaub, dass Jonas... Doch, Jonas ist... Das ist ein Diamant. Was ich dir erschöne. Wenn du unbedingt willst. Okay, ich war noch sechs Diamantlöcke, will ich nur sagen. Ey, ich weiß, wo zwei sind. Der kommt bei... Zu mir. Versuch das. Oh, was? Hier wird geschaffen. Hier wird geschaffen. Nein, es sind zwei. Hier sind zwei. Hier sind zwei Diamantlöcke. Ja, wo bist du? Ja, ich bin unten bei dem kleinen Wasser, der... Die zweite Lavakon mache. alle sind jemand ja da und hier hier drinnen wird es erst gefunden hat ich hab den abgebaut und der ist rein gefolgt mann fucky wer ist denn jetzt ähm ich will nur sagen da drin ist einer da drin wer hat hier gerade eine granate geworfen ich was nicht du hast doch du hast gerade eine granate geworfen husky ich bin ich bin hier in den turm reinkommt wird ab 8 mit sofort als zweiter ist zufrieden ich bin sofort dran um zu schauen dass wir die stets abschießen war die jonas und so weiter die füße ich habe einen neuen Weltkrieg sie hat mich in die er hat sich die jonas da unten ist also also die weg von mir und gut man hat mich doch mal bitte das Endpartei beschwören mann da war so wie sie was du Ich hab dir gesagt, mit 4 AP kann man jemanden verlieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch du sein kannst. Ich weiß nicht warum. Wer? Ich weiß nicht, weil die jetzt sind die ganze Zeit weg. Ich sag ja, wie er kommt hierher und was weiß ich was. Also als Detektor hätte ich es ja verstanden, aber... 1... Ich bin schon so innocent. Oh nein, das ist so eine langweilige Rolle, ehrlich. Ja, ich bin auch innocent. Ey, wo muss man die Diablöcke hinbringen? Ey, zu dem Ofen. Bei dem Dingens. Ah, okay. Und da ist jemand, wo der in Shotgun ist? Da haben die Innos automatisch gewonnen. Also ich bin innocent und während... Na, weil ich weiß, wo jedes Diablock ist, ich kenn die Map in- und auswendig. Du weißt es nicht. Nein. Also ich bin in- und während den Leuchtturm kommt, ist... ist tot. Ja, das heißt, du bist Traitor wie Trissi letztes Mal. Das heißt, ich bin... nein, ich bin echt kein Traitor. Doch, Trissi hat noch das Browser gesagt. Ich glaube, Jaback ist keiner. Ich glaube echt, dass Jaback ist keiner. Wer... während den Leuchtturm kommt, ist tot. Du oben? Ich... ich komm einfach mal nach rein. Ne, ich bin in- in einer Etage drunter. Ich glaube, Jaback ist es nicht. Ähm, Diamanten, Diamanten, Diamanten... In der Hölle sind zwei... Leid, sorry, 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 sorry. Ich hab in die Luft geschossen. Du brauchst nur noch vier. Bitte. Hier wird nicht Granate geworfen. Schon wieder Trissi? Trissi! Schon echt jetzt? Ja. Ey, Trissi, du darfst mich nicht angreifen. Ich finde ihn immer... Wie Jonas einfach mal um sich schießt. Naja. Du musst lieben. Das war so... Es ist so gemein. Ich geh wieder Leuchtturm. Ja, und ich hab wieder meine Schottkram. Juhu... Trater. 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 Ach, das ist doch alles verbinden sich jetzt ein Töter der Freude. Aber ich glaube, es ist nur einer. Okay. Nee, wirklich. Ja. Echt? Wer ist hier? Hallo Jonas. Hallo. Hallo. Also, Hilfe. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh Scheiße, du kleines Arsch! Oh Scheiße! Wer schießt auf mich? Ey, wer auf den Ton kommt, stirbt! Trissi ist es! Gut, ey, wer war denn? Trissi! Das gibt's doch nicht, warum ist die immer? Die Traitor-Pässe oder was? Nee! Gibt's das überhaupt? Nein, gibt's nicht! Ey! Sensi, ich hab' gesagt, wer in den Dings kommt, ist tot! Doch, ich bin getötet!